Ich freue mich, Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über den Gorenje NRC 6194SXL4 Kühlschrank sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es aber an der Zeit, loszulegen. Eine Kühl-Gefrier-Kombination, die Ihre Gewohnheiten erkennt. Dieses intelligente System wurde entwickelt, um eine konstante Temperatur im Kühlschrank aufrecht zu erhalten, unabhängig davon, wie oft Sie die Tür öffnen. Der Kühlschrank überwacht kontinuierlich die Art und Weise, wie Sie ihn verwenden und verwaltet die Temperatur, um einen Temperaturanstieg zu verhindern. So wird sichergestellt, dass Ihre Lebensmittel frisch bleiben und der Energieverbrauch gesenkt wird. Stabil, leise und langlebig Inverter-Kompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren weniger Energie. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Kühlschrank an, beispielsweise beim Öffnen der Tür. Das bedeutet weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel. Das ideale Mikroklima in jedem Fach. Ion Air erzeugt im Gerät negativ geladene Ionen, die dank des MultiFlow 360-Grad-Systems gleichmäßig im Kühlschrank verteilt sind. Die mit Ionen angereicherte Luft bewahrt den Geschmack und entfernt unangenehme Gerüche. Ganz nach Ihren Bedürfnissen Diese praktische Schublade verwandelt sich von einer Zero-Zone, die am besten für frischen Fisch, Fleisch und Meeresfrüchte geeignet ist, in eine zusätzliche Crisp-Zones-Schublade für Obst und Gemüse. Dadurch können Sie alle Ihre frischen Lebensmittel problemlos unterbringen. Sparen Sie Geld Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernst den Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert. Die große Party kann beginnen. Mit ConvertActive verwandeln Sie das Gefrierfach zu einem Kühlfach oder zu einer großen Zero-Zone mit nur einem Knopfdruck. Dadurch erhalten Sie noch mehr Platz für die Aufbewahrung von Snacks oder Getränken. Wie frisch aus dem Garten Diese geräumige Schublade erweitert die Frische Ihrer Produkte durch niedrige Temperatur und automatische Feuchtigkeitskontrolle. Smart Huminity hält die Luftfeuchtigkeit in der Schublade dank einer speziellen Membran immer auf einem optimalen Niveau. Überschüssige Feuchtigkeit wird entfernt und Ihr Obst und Gemüse bleibt knusprig und frisch. Schnelles Einfrieren Die Fast-Freeze-Funktion friert die Lebensmittel bei minus 24 Grad Celsius ein, um die meisten Mineralien in den Lebensmitteln zu erhalten. Nach ca. zwei Tagen wird die Funktion automatisch ausgeschaltet und die Gefrierfachtemperatur geht zur ursprünglichen Einstellung zurück. Multifunktionale praktische Box Der Mehrzweckbehälter kann zur Aufbewahrung von Käse, Zwiebeln und anderen geruchsintensiven Lebensmitteln verwendet werden, denn aufgrund Ihres luftdichten Deckels bleiben die Gerüche in der Box. Zusätzlich hält sie die Lebensmittel frisch und schützt sie vor dem Austrocknen. Schnelle Abkühlung nach dem wöchentlichen Einkauf Durch die intensive Kühlfunktion wird die Temperatur im Kühlraum erheblich gesenkt, um Lebensmittel nach größeren Einkaufstouren schnell abzukühlen. Nach sechs Stunden wird die Funktion automatisch ausgeschaltet und die Kühlschranktemperatur gärt zur ursprünglichen Einstellung zurück. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Airflow bläst den ganzen Tag ohne Ende. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Gerät ist super leise, kühlt gleichmäßig, bietet viel cleveren Stauraum und diverse Möglichkeiten in der Einstellung. Damit ist unser Test des Gorenje NRC 6194SXL 4 Kühlschranks nun abgeschlossen. Gefällt Ihnen dieses Modell und möchten Sie den aktuellen Preis wissen? Schauen Sie sich gerne die Beschreibung unter dem Video an, dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie sie in die Kommentare, ich werde sie gerne beantworten. Ich freue mich, wenn Sie dem Video ein Like geben und uns abonnieren. Ich bin schon dabei, das nächste Video zu erstellen. Um es nicht zu verpassen, klicken Sie gerne auf die Glocke. Bis dahin! Bis dahin!